Vorne und hinten. Wir müssen uns bis zur Landezone durchkämpfen. Los geht's! Was ist mit Rochas? Die Leute werden sich um ihn kümmern. Meinetwegen. Nikolai, wir sind oben in Helens Viertel und von Milizkörpern umstellt. Der Helikopter muss zum Markt. Over. Okay, mein Freund. Bin auf dem Weg. Alle bereit machen! Laden und in Sicherheit! Wir müssen zum Helikopter! Durch das Torchimarkt! Bewegung! Oh! 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 Noch ein Fahrzeug! Ausstrahlen! Ah! Gott, Herr K datasets! Ah! Ah! Kontakt bei dir auf 3 Uhr! Ah! Durch das Tor! Weiter mit zum Evakuierungspunkt! Ah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. im ersten stock Ich habe ein Ziel. Du, wenn du so hast, schärzt doch. McTavish, brauch Deckung. Bestätigt. Hey, wo schießt du hin? Einen hat's erwischt. McTavish, weiter. Wir sind alle dabei. Wir haben uns nicht zu Hause, 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 wir haben uns nicht zu Hause. McTavish, weiter. Bewege! Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann! Was ist das? Das wird nicht reichen. Noch mehr Feinde nähern sich dem Markt. Schneller! Bewegung! Zu gefährlich! Wir werden die Arten nicht überleben! Okay, wir treffen uns dann! Viel Glück! Wir müssen auf die Decke! Hier lag! Na los, na los! Wir hoffen, diese Frau aus, dass heute das ganze Dorf sie umbringen! Erzählen Sie mir was Neues! Nehmen Sie uns einfach mit! Bald ist kein Dach mehr da! Wir schaffen es! Los, los, los! Los! Was machen Sie? Los jetzt! Roach! Roach! Aufwachen! Roach! Wir können Sie vom Helikopter aus sehen! Sie nähern sich jene, das sind Dutzende! Roach! Es sind zu viele! Verdammt noch mal raus! Auf die Dächer! Bewegung! Verleihung! Rauf auf die Dächer! Roach! Wir umkreisen das Gebiet, aber ich sehe Sie nicht! Sie müssen auf die Dächer! Ich sehe Sie, Roach! Springen Sie auf die Dächer! Wir treffen uns südlich von Ihrer Position! Los! Komm, noch Treibstoff! Muss in 30 Sekunden los! Roach! Der Treibstoff ist knapp! Sie haben 30 Sekunden Beeilung! Links! Nach links und unten springen! Na los! Rausch! Springen! Wir haben ihn, Nikolai! Rausch hier! Wohin, Käpt'n? Bringen Sie uns zum U-Boot! Wir haben ihn, Nikolai! 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 Mach den Drecksfernseher aus. Mein Sonderkommando ist außer Landes. Ich übernehme Ihre Einheit, Sergeant Foley. Ja, Sir. Zu Befehl, Sir. Ich habe einen Striker von der 8. Panzerdivision. Honey Badger ist ein fieses Teil, Sir. Damit kommen Sie rein. Die Russen knacken unsere Verteidigung und unsere Daten. Diese Ecke dürfen Sie nicht kriegen. Werden Sie nicht. Zeigen Sie es mir auf der Karte, Sir.